Na gut, der Pfeil zeigt in diese Richtung. Naja, und alternativ sind ja auch die Himmelsrichtungen auf der Karte markiert, also alles kein Problem. Ja, mit erhöhtem Schaden, der Turm braucht zwei Treffer, dann ist er hinüber. Also auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, dieses Power-Up. Achso, und die Kamera-Perspektive, die kann ich auch ein bisschen verstellen, ich weiß aber nicht. So sehe ich auch nicht viel mehr, also lasse ich es mal lieber so. Und da war Munition, ich weiß, ich habe es gesehen, aber im Moment war der Schuss von der Seite. Im Moment habe ich noch genug Munition, deshalb lasse ich das jetzt einfach mal ihm. Der ist abgelenkt, der bemerkt uns nicht. Machen wir den hier nochmal eben platt. Und der Embo ist hier doch... Ne, hier war doch keiner mehr. So, hier noch ein paar Raketen-Bots. Boah, das sind noch Läufer. Stirb! So, hier ist Munition, die nenne ich mal wieder mit. Hier noch ein paar Piepels. Auf der Zäune können wir einfach platt fahren. So, der Embo wird hier noch rumgeballert. Da ist noch einer. Und zermatscht. Und da vorne ist noch einer. Aber Embo muss da hinten umgelegend auch noch einer sein, zumindest laut Karte. Also ich mache die hier erstmal ihm platt. So. Ähm, irgendwo da hinten ist noch einer. Ja, genau da. Und rechts auch noch einer laut Karte. Aber mal eben gucken, vielleicht reicht es auch schon, wenn wir den hier geplättet haben. Na komm, schau. Ja, und zapp. Hallo, ich bin noch da drüber gefahren. So. Zermatscht. Okay, dann ist aber irgendwo hier hinter noch einer. Ja, da. Neue Nachricht für Sie. So, neue Nachricht. Der Leiter der Anlage spricht Ihnen seinen Dank aus und teilt uns mit, dass die WOPR-Einheiten von Norden kamen. Orten Sie die feindliche Basis und zerstören Sie sie vollständig. Okay. Aber erstmal brauchen wir ein wenig Nachschub. Dafür können wir immer an diese leuchtenden Gebäude hier fahren. System online. System online. Da können wir einfach gegenfahren und dann, ja, läuft dieser, dieses Tortendiagramm da einmal ab. Und wenn das durch ist, genau, dann ist Nachschub unterwegs. Der wird uns per Helikopter gebracht. Da kann ich einfach auch schon mal weiterfahren. Das Teil folgt uns dann einfach. Und, ja, versorgt uns wieder mit Munition und lädt auch unsere Energie dann wieder auf. Ach ja, und eben, äh, genau. Hier ist der Helikopter, aber ich muss noch mal eben diese Leute hier klappen. Steh. So, jetzt mal eben hier in Sicherheit fahren, damit der Helikopter sein Paket hier abliefern kann. Ja, oben links unter unserer Statusanzeige, da läuft auch, ja, DEFCON von 5 bis 1 mal durch. Wenn es bei 1 ist, ähm, starten gegnerische Luftangriffe, die werden dann erstmal unsere Heimatbasis zerstören, da aber auch unsere anderen Einheiten rumstehen. Und, ja, zuletzt dann auch, hallo, ja, zuletzt auch unsere, unser aktives Fahrzeug hier versucht zu treffen. Und, ja, da muss man halt aufpassen. Mit der Zeit sinkt das immer weiter und wenn man Einheiten zerstört, wird es wieder hochgestuft. Also, wenn man sich zu viel Zeit lässt, dann muss man sich leider von seinen anderen Einheiten verabschieden. So, weg mit den Türmen hier und auf dieses Gebäude, was auch immer das hier sein soll, ich hab noch keine Ahnung. Und das war's noch nicht, okay. Wir haben einen Notruf an das WOPR Hauptquartier angefangen. Das Gefangenenlager fordert Verstärkung an. Begeben Sie sich zum Gefangenenlager und vernichten Sie alle feindlichen Einheiten in diesem Gebiet. Okay. Ja, hier ist quasi dasselbe Gebäude nochmal zum Nachschub anfordern, nur halt nicht unser eigenes Menschliches, sondern das von den Robotern. Das ist aber egal, man kann sich da auch dran aufladen. Uff, hallo, ich bin doch da drüber gefahren. Ja, komm schon. Zermatscht. So, jetzt müssen wir mal sehen. Ich glaube über den... Oder können wir über das Eis fahren? Ich glaube nicht. Nein, geht nicht. Dann... So. Rückwärts fahren ist auch ein bisschen ungewohnt hier. Dann müssen wir über die Brücke fahren. Uah, das ist schon wieder ein Läufer. Stirb! So, weg mit euch, ihr nervt. Und zermatscht. Ja, und über diese dunklen Felsen hier können wir auch nicht fahren. Sondern nur da lang, wo normaler Schnee ist. Ach, da ist das Lager auch schon. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich finde, der Kameraauschnitt ist ein bisschen ungünstig. Wenn ich das Gefängnis hier zerstöre. Sonst habe ich verloren. Vermute ich mal. Und... Uff. Da geht mein Bildschirm schon wieder in den... Äh, auf Stand-by. Irgendwie... Registriert... Äh, das Spiel ist scheinbar nicht als laufende Aktion. Aber, na gut. Muss ich mal eben dran denken, dass ich die Maus ab und zu mal bewege. Ihre Mission war erfolgreich. Ähm, ja. Okay, der Text ist scheinbar immer derselbe, so wie es aussieht. Und der Zugangscode für die nächste Mission ist schon ein wenig anspruchsvoller. Jetzt sind auch Quadrate und ein Dreieck davon. Huhu. So. Nächste Mission. Was haben wir denn? Nummer 4. Kairo. Ägypten. Die Wissenschaftler haben die Daten dekodiert und ein feindliches Kommandogebäude in Kairo entdeckt. Dieses Gebäude enthält Informationen über die Kriegsmaschinerie von WOPR, die uns von enormem Nutzen sein könnte. Ziele. Sie müssen die Wissenschaftler in das WOPR-Kommandogebäude bringen. Wenn Sie die Daten herunter... Wenn Sie die Daten heruntergeladen haben, werden Sie zum Panzerwagen zurückkehren. Sie müssen sie dann sicher zum Flughafen bringen, wo wir sie abholen werden. Wir starten mit denselben Einheiten. Ein Jeep, ein Dragoon-Panzer, ein Slayer-Panzer und ein Panzerwagen. Und unsere erste Aufgabe. Aufklärer melden, dass WOPR die beiden wichtigsten Brücken nach Kairo besetzt hat. Sie müssen diese Brücken einnehmen, bevor wir fortfahren können. Na gut. Unsere Fahrzeuge. Diesmal in Wüsten-Tarnung. Und die Peoples da scheinen unsere tollen Wissenschaftler zu sein. Aber wir werden erstmal mit dem Slayer-Panzer wieder vorrücken. Da ist schon der erste Feind. Stirb. Braucht schon wieder erhöhen Schaden. Das gibt es doch nicht. Krasser Shit. So, ah, das ist übrigens mein Lieblingslied, was wir hier im Hintergrund hören. Einfach sehr genial. Übrigens auch genial, wie die Landschaft so am Horizont da einfach aufploppt. Aber, naja, ist halt so bei einem Spiel. Und hier haben wir gerade eingesammelt einen Schild. Normalerweise nur mit dem Schild wäre man grün. Aber da ist der Schild und das... Ja, das Schadenspowerab sich so überdecken ist, das ist ein komisches Grün-Geld-Gemisch. Aber normalerweise wäre es halt nur grün. So, da ist noch ein Läufer. Neunachricht. Und den hier überfahren wir nochmal eben. Zack. Das Gebiet um das Kommandogebäude wird hartnäckig verteidigt. Ihr Panzerwagen wird dem Feind nicht lange standhalten. Vernichten Sie erst die Einheiten, die das Gebäude verteidigen, und schicken Sie dann den Panzerwagen hinein. Die Wissenschaftler wissen, was sie zu tun haben. Na, wenigstens einer weiß, was zu tun ist. Na gut. Auf nach Kairo. Und hier links haben wir scheinbar eine Stadt, so wie es aussieht, aus Lehm und was auch immer. Aber unser Ziel ist erstmal diese Basis hier. So, jetzt kann man sehen, unser... Okay, jetzt ist das Schild auch wieder weg. Aber eben für den letzten Moment hatten wir jetzt nur noch diesen grünen Schild und waren nur noch grün und nicht mehr diese komische Mischfarbe. So. Also ich muss sagen, dieser Slayer-Panzer haut schon ziemlich rein, auch ohne der Schadens-Power-Up noch. Und auch so hier die Türme. So, das ist alles relativ schnell im Arsch. So, Verarztung. Und hier die Peoples. Die fahren wir doch mal eben rüber. Wobei, ja gut, ich wollte gerade sagen, keine Munition verschwenden, aber eigentlich ist es sowieso egal. Weil wir von der Primär-Munition sowieso unendlich haben. So, muss ich das jetzt hier auch zerstören? Sieht so aus. Zumindest haben wir noch keine neue Nachricht. Oder kann ich das nicht zerstören? Ah, Moment, ich weiß, glaube ich. Äh, das Gebäude müsste dieses Teil sein, was wir einnehmen sollen. So, dann muss ich erstmal hier mit, äh, ja, Sekundärfähigkeit kann ich Peoples einladen und kann die auch wieder ausladen. Und Sekundärbewaffnung ist halt nur ein Maschinengewehr. Damit kommt man halt nicht weit. Was ich aber ganz witzig finde, man kann auch mit dem Maschinengewehr Bäume in Brand setzen. Was eigentlich ein bisschen unlogisch ist, aber... Naja. Vielleicht verwenden die auch irgendwelche speziellen Munitionen. Man weiß es nicht. So, da hinten am Horizont ploppt das andere Ufer auf. Ja, die Lenkung ist nicht so einfach mit dem Steuerkreuz, muss ich sagen. Die könnte auch ruhig ein bisschen weniger empfindlich sein, aber... Ja, man kann es leider nicht anders einstellen. Ähm, so, ich denke mal, das ist jetzt hier das Teil, wo unsere Techniker hier rein müssen. Ja, genau. Da läuft wieder das Tortendiagramm ab. Was auch immer die da jetzt gerade machen. Äh, ja, dann habe ich ja eigentlich gerade mal eben Zeit, ein bisschen vom Film zu erzählen. Ähm, ich weiß gar nicht, von... Bam! Kaputt gemacht. Neue Nachricht für Sie. Okay. Das war es dann wohl schon vom Film erzählen. Die Wissenschaftler haben die Daten heruntergeladen und sind wieder im Panzerwagen. Soeben wurde mitgeteilt, dass Kairo unter Beschuss steht. Begeben Sie sich nach Osten und räumen Sie die Stadt von allen WOPR-Einheiten. Gut, dann wechseln wir mal wieder auf unseren fetten Panzer hier. Und machen uns auf den Weg nach Kairo. Kairo ist übrigens, äh, sehr klein in diesem Spiel. Huch, hier hat er schon irgendwo da. Stirb! So, uah, ein Läufer. Schade, dass man den nicht einfach über einen Haufen fahren kann. Das wäre eigentlich auch witzig. So, hier habe ich einen Power-Up eingesammelt. Ich habe aber auch gar keine Ahnung, was das war. Das ist aber auch egal. Und den kann ich irgendwie nicht treffen, weil der in diesem Loch da drin ist. So, uah, da ist ja noch einer. Stirb! So. Das waren, glaube ich, alle Läufer. Hier sind aber noch ein paar... Ja, kommt schon. Ein paar einzelne Fußsoldaten. Oder Fußroboter oder was auch immer. So, du bist tot. Und der Deathcon springt jetzt gerade immer hin und her. Wenn ich hier wieder was töte und... Wenn die Zeit dann wieder weiterläuft. So, du bist tot. Und irgendwo hier ist noch einer. Genau, da. Stirb! Meine Fresse! So. Wir haben hier bei dem Versuch, die Peebles hier zu... äh, abzuschießen. Mache ich, glaube ich, mehr Schaden an der Stadt als am Gegner. Aber, naja, ich glaube, es ist egal, ob man hier ein Gebäude zerstört. So, irgendwo hier hinten ist noch was. Also ein Kugel. Und hier sind auch noch irgendwo... Ja, ja. Und hinter mir ist noch ein Raketen-Bot. So, du bist tot. Kann ich den dann rückwärts hier... übermangeln? Nein, kann ich nicht. Komm schon. Neue Nachricht für Sie. Zermatscht. Und wir haben eine neue Nachricht. Die feindlichen Einheiten in der Stadt sind zerstört. Es gibt jedoch ein weiteres Hindernis. WUPR hat in der Nähe des Flughafens eine Basis gerichtet. Sie müssen diese Basis zerstören, um den Panzerwagen sicher zum Flughafen bringen zu können. Na gut, dann machen wir das doch. Da ist ein Läufer und ein Tor. Das ist ja aber kein Problem für unseren Fettpanzer hier. Einmal Reparatur können wir gebrauchen. Und dann geht es weiter. Ja, ein paar Pipels und ein Motorrad. Da ist ein Läufer. So, hier haben wir ja einmal ein Schild Power-Up eingesammelt. Also erstmal keine Gefahr für uns hier. Oh, hier gleich nochmal ein Schild. Sehr gut. Dauer des Schildes ist übrigens auch links oben in der Statusanzeige zu sehen. Der grüne Halbkreis um das blaue Teil herum. Das ist der Schild. Ich weiß auch gar nicht, wie lange er oder die Schneidsicht er wieder abbaut. Wenn man unter Beschuss steht, geht er natürlich schneller weg, als wenn man einfach nur damit rumfährt. Aber ja, auch wenn er quasi nicht in Benutzung ist, baut er sich mit der Zeit auch immer wieder weiter ab. Ist also nicht für ewig. So, das Motorrad hier nochmal eben weg. Und hier haben wir die Pyramiden von was auch immer. Sind allerdings relativ kleine Pyramiden. Naja, wir haben eine neue Nacht. Naja, wir haben eine neue Nacht.